Let me show you just what I'm made of! Und es geht darum, ein weiteres Kartenstück einzusammeln. Na denn? Ja, also mitten im Level findet man sie nicht mehr. Man hat sie jetzt schon einfach als einfacher Kartenlevel. Oh, oh, oh. Einfache Kartenlevel hin, ähm, zugefügt. So, das U-Boot ist echt auch schwer zu steuern. Alter, ich komm zu viel an der Wand an. Boah. Das U-Boot ist echt nicht einfach zu steuern. Ob das noch künftig ausgehen wird. So, gib mir bloß die Zeit hier. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Es gibt ja leider Gottes keine Karte, oder? Ach doch. Boah, bloß aufpassen auf die Minen, ey. So, ich brauch wieder Zeit, Boni. Arg! Ich glaub, da werd ich verlieren bei dem Versuch. Shit. Gleich ist vorbei. Ja. Und schon hab ich versagt. Und kurz bevor ich die Karte bekommen konnte. Aber wenigstens startet man gleich sofort neu. Oh, Vorsicht. Ich glaub, die Abkürzung ist der Beste. So, immerhin weiß ich's jetzt besser und ich stell mich jetzt auch besser an, dementsprechend. Wow, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob die Minen besonders für Schaden machen. Ich fürchte mal ja. Mal ehrlich, jede Berührung macht dieses Ding schon zu schaffen. So empfindlich ist es. Ich muss das Ding wirklich perfekt manövrieren hier. Aber grafisch sieht es schon mal ein bisschen besser aus als früher. Muss ich ehrlich, äh, muss ich ehrlich sagen. So, gib her. Das wär geschafft. Oh, fünf Sekunden zu viel. Da lass ich das. Hab ich auch mal dieses Kartenstück. Okay. Da bin ich schon gespannt, was diese Karten genau bringen. Bin so gespannt darauf. Was diese Karten genau bringen werden. So. Schneesturm an der Klippe. Ein weiterer normaler Level. Na denn? Ich will endlich diese Feuer- und Eistechnologien haben. Oh. Oh. Wenn wir dieses Mal mit Tails spielen? Ich erhoffe es mir. Keine Sorge, Tails. Du kriegst sie gleich. Hm. Ja, erstmals vorher umgucken. Nee, also hier sind... Hier stehen... Haben wir wieder nur Amy und Sonic zur Auswahl. Oh nein, nicht schon wieder. Und ich hab grad die falsche Technik. Das ist grad nicht fair. Alter! Dieser blöde Vogelstrauß. What? Ich dachte mir... Gehört das Zettel mir überhaupt mal auf? Okay. 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 Erstmals aufräumen. Hintergrund sehe ich auch wieder was, was ich hier brauchen kann. Drücke im Sprung X und bewege gleichzeitig die Spiel nach oben. Ja, das... Das kenn ich schon. Ich will aber erstmals hier lang. Ich hoffe zumindest, dass das zu einem Secret führt und nicht weiter... Oh. Alter, wo sind wir hier? Ah. Schrott. Alles klar. Bam. Ah. Ja. Du fühlst dich auch deswegen jetzt noch cool, oder? Ja. Runter mit dir, Mädel. Was klebst du denn da bei einer unsichtbaren Wand hängen? Ich hoffe, ich habe am Himmelsfin jetzt nicht den falschen Weg da genommen, weil dieser eine Weg... Ah! Flüsternde Höhlen. Das führt zu dem Bonusraum. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt im Hintergrund mal den Spiegel verkehrt gemacht, dass er nicht die Übersicht flöten geht. Aber das war leider Gottes letztes Mal der Fall. So. Okay. Immer im richtigen Moment kombinieren. So. Oh ja, hier muss man wieder schnell sein. Ach du Heiliger. Sonic, könntest du mal? Eum. So. Ha. Easy peasy. What the fuck? Ist das euer Ernst? Da muss ich halt so. Oh nein. Oh, ich hatte noch einen Ring. Aber warum muss ich da immer von vorne gleich? Das ist doch zu viel des Guten. So. Eis. Und Ringe. Und her mit der Karte. Also mit dem Sticker. Ist so ein Sticker, oder? Weil es ist grad nicht mehr auswendig. Ist mir aber jetzt auch wurscht. So. Na, jemand bekommt jetzt auch mal einen animierten Hintergrund zu sehen. Okay. So, Emy. Mach auf da. Oh. Der will mit einem Laser auf mich schießen. Ja, das hätte er wohl so. Hat er wohl so gern, ne? Also hätte er wohl so gern. Ist da oben nichts? Au, ja. Da trifft er mich trotzdem, ne? Ich wollte ihn eigentlich treffen. So, jetzt reicht's. Der hat mich lang genug genervt. Achso. Hä? Wie komme ich da jetzt wieder? What? Hä? Wie komme ich denn da nach oben? What? Hä? Gehst du denn mit Amy? Ach du Heiliger. Wie die abgeht mit dem Hammer hier? Ist doch der Oberhammer. Oder geht das nur... What? Ich kapier nicht, wie ich da nach oben komme. Soll. Oder Moment, geht das da nur mit Sonic? Oh Moment, es gibt auch noch einen Doppelsprung. Vielleicht geht das auch nur damit. Und der Gena muss natürlich wieder respawnen. Hä? Oh Moment, ich kapier nicht ganz, was das soll. Oh Moment. Brauche ich auch nicht. So, hier kriege ich ein Schild. Also hier geht's weiter. Hier spielt die Musik. Geht mir da irgendwann mal die Luft aus? Das wäre mir schon wünschenswert, wenn ich wieder diesen einen typischen Jingle hören würde. Aus den guten alten Sonic Games. Ach, wie sehe ich mich schon auf Sonic Mania und Sonic Project 2017 freue. Weil im Moment war da schon wieder nicht irgendwas. Ach nein, wir sind wieder am Anfang, oder? Ja, wo geht's jetzt lang? Da oben waren wir auch schon, ne? Ich meine, das kommt mir ja alles bekannt vor. Aber die Ringe hätten wir aber auch schon einsameln müssen, wenn wir da schon waren. Ne? Ja, hier waren wir auch schon. Gut, dann geht's jetzt hier, oder? Weiter? Fragezeichen. Ich glaube, hier geht's weiter. Hm. Oh ja. Gut, dass ich da nachgeguckt habe. Ein weiteres Schrottteil. Bäm. Fand ich, wovon man diese ganzen Kristalle benötigt. Oh, ups. Das war nicht beabsichtigt. Ach. Okay, ich passe jetzt auf hier. Wow. Sagt er noch und, äh... Fühlt beinahe wieder die Kontrolle. Was zum... Double-Hit, ne? Ist klar. Wat'n Spast, ey. Okay. Full Speed ahead. Juhu. Ist da oben irgendwas? Da oben ist was. Aber da muss ich auf die andere Seite dafür. Heilige Scheiße. Was für ein lästiger Geselle. Wenn man solche Umwege macht, dann glaub ich immer sofort, äh... Man würde den richtigen Weg gehen. Das haben sie wirklich extra so gemacht. Aber in Wirklichkeit führt das zu einem Secret. Oh, das ist erst das erste Hammer-Teil. Und es fehlen immer noch zwei. Wo finden wir die bloß? Das ist ein Checkpoint. Hm. Na, mal schauen. Immer gut umgucken. Ansonsten muss ich jeserlich einen Blick auf die Karte werfen, um feststellen zu können, ob es irgendwo ein Secret gibt. Denn... Oh, nein. Da brauch ich Sticks Bumerang, um hier weiterzukommen. Ohne den geht's nicht. Okay, das ist schon mal ein Raum, den ich erst, äh... Den ich wieder mit Sticks betreten sollte. Also ein Level, besser gesagt. Sehr schade. Also an das Secret kommen wir schon mal nicht dran. Manni! Da muss ich halt schauen, dass ich alles andere fände. Hat er gerade wie ein Hühnchen gegaggert? Tja. Sollte er auch. Ei, ei, ei. So. Oh. Immerhin haben wir das zweite gefunden. Wir sind aber bald beim Ende, wie ich feststellen darf. Uh. Vorher wieder eine Herausforderung. Jetzt hoffe ich das wieder. Einfach mal gut anstellen. Und wir haben's. Ähm. Uns fehlt aber jeweils ein Schrott und ein... Hm. Na, beim nächsten Besuch, äh... Versuche ich das Zeug zu finden. Also... Wir müssen sowieso nochmal mit Sticks zurück. Denn dementsprechend machen wir jetzt weiter. In Sonic's Hütte kannst du Jukebox und Musiken. Ja, okay. Okay. So, der nächste Level. Hm. Kodiak, Grenzland. Das ist wohl der erste. Das war die erste richtige Welt. Also, ein weiterer großer Level steht noch aus. Mindestens. Und ein weiterer Bonus-Level. So. Gehen wir mal ganz hoch hinaus. Totenturm. Aha, da brauchen wir jetzt jetzt 20 Ringe und, äh... Müssen wir das in drei Minuten schaffen? Wat ist denn das? Hm. Ich hab ja leider zu wenig Übersicht. Na gut. Dann, äh... Hm. Können wir also hinteleportieren mit dem Ring? Wahrscheinlich. Na gut. Checken wir das mal aus. Ja. Diesmal mach ich den Part etwas länger. Habt ihr eh nichts dagegen, ne? Pels glaubt, diese Risse könnten Teil des Problems sein. Also... Oh. Problem gelöst. Scheint, wir haben eine Menge Probleme. Erster, das gehört nicht. Was zum... Ha, Eggman hat wohl eins seiner Spielzeuge verloren. Ja, der wäre eine gute Actionfigur, wenn unsere Abenteuer jemals kommerzialisiert würden. Oh. Ah. Gets arriving. Hm. Oh, es sieht mir ganz nach Bosskampf aus. Und auch mal Ingame-Cutscenes mit Sprachausgabe. Habe ich auch nicht erwartet. Oh oh. Das ist ein richtiger Boss hier. Okay, ich bin unter dem Bildschirm im Alter. Und der ist eh so klein. Auf den muss ich jetzt achten. So, was tun, was tun? Alter, Feueratem. Das, da muss ich doch Feuer, da muss ich doch eindeutig Eis einsetzen. So, bam. Habe ich schon mal ordentlich Schaden zugefügt. Wow. So, jetzt ist Amy dran. Okay. Ähm. Hoch damit, schnell. So. Okay. Schnell nach oben. Und den einer verpassen. Bam. Ja, das ist doch ganz nice, der Bosskampf. Bei Ingen der zerbranen Kristalle gab es nur den einzigen. Und das ist gegen Endboss Lyric gewesen. Ja. Eis ist ja gefragt. Obwohl. Will ich ja nicht gegen mein Element spielen? Die Situation. So. Amy ist wieder dran. Ach komm schon, wie niedlich, ey. Bam. So, und jetzt wieder Sonic. Sonic. Uh, diesmal ist es ein richtiges. Diesmal ist Feuer angesagt. Und man muss da schon ein bisschen besser aufpassen. Wow. Schneller als hoch mit dir. Mann. Und tschüss. Dat wär's. Also die beiden sind schon echt dicke Kumpels hier. Ein einziger Ring hat mir ge... Ich hab's als Zeitwohnen geschafft, aber die Ringe? LOL. Ich hätte Level 200% abschließen können. Oh, ein einziger Ring hat mir gefehlt. Mann. Egal. Ich muss sagen, wie die beiden interagieren, gefällt mir echt super. Ihr seid nicht nur Shipping-Fuel für so eine Amy-Fans für mich, sondern... Ich mein, wirklich... Sonic Boom Amy ist einfach die Best... Einfach Beste. Wenn sie bloß diesen Charakter... Persönlichkeit auch in... Der Original-Sei... Der Original-Reihe hätte. Naja. Okay. Weitermachen. Ja, und da läuft er wieder von. Ah, Tails ist nun endlich freigeschalten. So, was ist auf der Seite? Da oben. Gefrorene Pipeline. Och, so ist es wieder dieses Pipeline-Rennen. Höchstwahrscheinlich. Hm. Und hier geht's weiter, ne? Na gut. Nein, nein. Zurück, 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 Mann. Dann machen wir weiter mit der Pipeline im nächsten Part. Und... Ja, dann würde ich sagen... Wie immer, wenn's dir gefallen musste, bitte diese Beschwingung des 1 Daumen nach oben. Das ist ja beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush-Full-Fegit hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Boom, Feuer und Eis. Auf Wiedersehen und tschüss Leute.